So, wir haben immer noch den 15.09. und jetzt kommt der zweite Versuch. Ich habe dem Andere eben gesagt, er möge mal bitte doch nicht mehr hier immer in die Sonne fahren, sodass ich gegen die Sonne filmen muss. Ich versuche hier gerade mal die Mikrofone so ein bisschen abzudenken, damit das nicht ganz so rauscht hier. Wir haben hier um die fünf Windstärken. Wir sitzen ein bisschen in der Abdeckung und jetzt siehst du ja, kommt er hier gerade vorbei. Und wir haben vereinbart, dass er hier jetzt gleich noch so eine Halse macht, damit man so ein bisschen Jolle spielt. Da reißt ja die Kiste. Alter Schwede, du. Da wollte mir aber dann doch noch mal Angst einjagen, du. Alter Schwede. Okay, hoffentlich läufst du gleich auf. Mann, oh. Aber er kann ja um damit, das kannst du ja nicht anders sagen. Und da geht er wieder hin. Und da geht er wieder hin.